Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Randalieren für die Liebe Box von Swiss und die anderen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Randalieren für die Liebe von Swiss und die anderen. Das Ganze in zwei Boxen erschienen in der Red Box und der Black Box. Wie gesagt, die Red Box habe ich euch bereits in einem Video vorgestellt und jetzt ist es an der Zeit für die Black Box. Die Red Box gab es regulär bei Amazon zu bestellen. Die Black Box nur exklusiv über den Online-Shop von Missglückte Welt. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Hier oben lesen wir in weißer Schrift Missglückte Welt präsentiert. Dann haben wir ein großes rotes Herz vorne drauf und darunter lesen wir Swiss und die anderen. Randalieren für die Liebe. Unterseite glatt schwarz, auf der rechten Seite nochmals der Albumtitel, auf der oberseite Swiss und die anderen zu lesen. Auf der linken Seite haben wir diese vier halbierten Buchstaben. Wie gesagt, ihr könnt damit, wenn ihr beide Boxen erwerbt, dann dieses wunderschöne ACAB hier zusammenstellen. Macht sich ganz gut im Regal oder wo auch immer. Und auf der Rückseite haben wir dann diese Flasche hier mit Herzaufdruck, diesen Molotow Cocktail. Gut, das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Reguläre Klappbox. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir die Bonus-EP. Einen Patch, die Album Instrumentals, das Album an sich und eins, zwei, drei Sticker-Pakete. So sieht das von innen aus, glatt weiß. So, wir machen die Box mal zur Seite. Holen kurz mal das Shirt aus der Verpackung. Und hier lesen wir noch einen kleinen Hinweis, der hier auf der Shirt-Verpackung drauf war. Und zwar haben wir hier Größe L, Boy Girl, also Unisex. Und den Rest werden wir dann beim Shirt selbst noch lesen. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Missglück der Welt präsentiert. Dann haben wir das Cover. Und relativ ungewöhnlich, wir haben hier Kinder abgebildet. Also, das reguläre Cover hat ja Swiss und eben die Band, also die anderen, beinhaltet. Hier haben wir so die Kinder-Versionen der Band-Mitglieder mehr oder weniger abgebildet. Und hier unten haben wir dann noch den Verbraucherinweis auf Englisch, Parental Advisory, Krank, links. Also, ein bisschen abgewandelt. Auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Seite, lesen wir ebenfalls Interpret plus Album-Titel. Und auf der Rückseite haben wir dann 15 Tracks an der Zahl aufgelistet. Wir haben Features von Die Atzen und Reeperbahn Karim. Also, insgesamt 15 Tracks. Das Ganze ist ein Digi-Pack. Und hier kommt dann das Cover zum Vorstellen, was ich eigentlich meinte. Also, das ist das Cover, was ich auch gekannt habe, beziehungsweise wo ich angenommen habe, dass es das reguläre Cover sein wird. Und das ist sehr schön gestaltet. Durch dieses Aufklappen kann man dann entsprechend das Cover variieren, wie man möchte. Gut, wir haben hier einmal die CD drinnen. Diese in Dunkelgrau gehalten und hier mit Schwarz-Rot, mit so einem Glanzaufdruck, schön gemacht. So sieht das aus. Und dann haben wir rechts in dieser kleinen Tasche das Booklet mit dabei. Auch auf dem Booklet hier wieder diese Kinder abgebildet. Sehr schön. Und dann haben wir hier als Inhalt die gesamten Texte der Tracks. Also hier wirklich Wort für Wort abgedruckt jeder Track. Zum Mitrappen, zum Nachlesen. Sehr schön. Dann hier nochmals die Gesichter der Gruppe. Weitere Tracks. Jede, jede Menge Text. Hier noch eine Widmung in Gedenken an Alina, Lazy und Nico. Und hier zum Abschluss noch die Credits. Gut. Dann haben wir, wie es sich in so einer Box gehört, Instrumentals mit dabei. In einer Papphülle, einem Digi-Sleeve-Comedy. Instrumentals lesen wir hier. Und wir haben hier 13 Instrumentals an der Zahl. Das heißt zwei weniger. Warum? Wir haben hier bei dem Album einmal Track Nummer 5 und einmal Track Nummer 12 jeweils einen Skid. Und deswegen haben wir von 15 Tracks dann hier 13 in der Instrumentals-Version mit dabei. So sieht die CD aus, wie auch schon die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals hier rechts. Kommt, wie gesagt, in einem Digi-Sleeve. Dann haben wir eine weitere Papphülle, ein weiteres Digi-Sleeve. Und zwar ist das die Bonus-EP, die Kill Your Darlings-EP. Hier haben wir wieder diese Flasche abgebildet, die wir auch schon von der Box kennen. Und hier haben wir auf der Bonus-EP sechs weitere Tracks. Wir haben Features von Shoki, Crystal F, SDP. Und wir haben den Track Che Guevara Extended Version. Und hier haben wir noch Features von Rebaba und Karim, Shoki und Tamash. Die CD sieht dann so aus, in Rot und Schwarz gehalten. Dann haben wir mit dabei einen Patch. So sieht er aus, in rechteckiger Form, im Querformat. Swiss und die anderen Randalieren für die Liebe. Sehr schön. Bevor wir zu dem Shirt kommen, haben wir drei Sticker-Packs. Allesamt hier mit kleinen Gummis festgemacht. Also wir haben hier drei Motive und Sticker ohne Ende. Also wie auch schon in der Red Box haben wir hier unendlich viele Sticker. Wir haben hier, wenn ich mich nicht täusche, 25 Sticker. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. 21, 22, 23, 24, 25. 25 Sticker mal drei. Das macht 75 Sticker gesamt. Das ist echt eine Riesenmenge. Also wir haben hier wirklich pro Motiv 25 Sticker. Wir können hier alles Mögliche bekleben. Was auch immer euch einfällt, eure Nachbarschaft, eure Stadt, euer Dorf, wo auch immer ihr zu Hause seid, könnt ihr hier eure Umgebung etwas aufwerten. Diese drei Motive haben wir. Einmal hier dieses Pentagram mit Herz. Dann diese Tennissocken in den missglückte Welt schlappen. Und dann das hier K-H-L-T-P-N in dieser Run-DMC-Grafik. Unfassbar viele Sticker, wie gesagt. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. So sieht das aus. Ein schwarzes Shirt. Auch hier wie dieses Pentagram aus diesen Sicherheitsnadeln. Und da mitten das Herz drauf. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. Made in Haiti. 100% Baumwolle. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weiß-roten Aufdruck quer über die gesamte Vorderseite. Und so haben wir hier dieses Pentagram aus Sicherheitsnadeln angefertigt mit diesem roten Herz mitten drauf. Und dann haben wir noch diverse Schriftzeichen, Symbole und sonstige kryptische Abbildungen. Also hier jede Menge Detailarbeit unter bzw. zwischen diesem Diagramm zu sehen. Sieht schön aus. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Stil ist jetzt nicht so sehr so mit Pentagramm auf der Brust herumzulaufen. Aber die Farbkombination schwarz-rot und weiß feiere ich auf jeden Fall. So, und bevor ich es vergesse, weil es nicht regulär in der Box mit dabei war, die Blackbox, die gab es ja, wie gesagt, nicht regulär über Amazon oder so zu kaufen, sondern wirklich nur über den Online-Shop von MissglückteWelt. Und zusätzlich, wenn auch nicht in der Box drin, aber dem Paket, dem Karton beigelegen, ist dann noch ein Poster. Und zwar, ach, schau mal kurz auf die Seite, haben wir hier ein Poster mit dabei. Es gab in der Redbox ebenfalls ein Poster, das hatte auch genau dasselbe Motiv. Also wir haben hier das Motiv, das wir schon vom Sticker kennen, dieses hier, im Hochformat auf dem Poster drauf. Und die Rückseite ist auch, wie auf dem Poster auf der Redbox, in der Redbox. Allerdings, was hier die Besonderheit ist, nicht nur, dass das Poster extern ist, also außerhalb der Box geliefert wurde, nein. Wir haben dann hier auch noch die Unterschriften, das heißt, das Poster wurde hier wirklich handsigniert. Wir können es hier sehen, mit schwarzen Stiften haben die diversen Männer hier unterschrieben. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen im Licht. Es spiegelt sich hier halbwegs laserlich, jawohl. Also man kann es hier sehen, sehr schön. Und das ist nochmal ein Bonus, den die Blackbox Käufer haben, im Gegensatz zu dieser Redbox. Das Poster ist vom Format und von der Abbildung her gleich. Allerdings hat man diese Unterschriften, diese signierten, diese signierte Poster wirklich nur in der Blackbox. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt, im Hochformat und signiert. Dann haben wir diese Sticker, drei verschiedene Motive, allesamt im Hochformat und allesamt jeweils 25 Mal vorhanden. Dann haben wir den Patch, die Kill Your Darlings EP im Digi-Sleeve, die Instrumentals ebenfalls im Digi-Sleeve, das vorhin gezeigte Shirt in der Größe L und natürlich das Album an sich Randalieren für die Liebe im Digi-Pack mit 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Randalieren für die Liebe Blackbox von Swiss und die anderen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Swiss und die anderen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt aber euch auf, ciao!